Sein wie Colin bald nicht mehr nur der Traum Rallye-begeisterter PS2-Besitzer, sondern virtuelle Wirklichkeit. Statt des einfachen Abfahrens von Checkpoints, wartet Colin McRae Rallye 3 mit einem umfangreichen Karrieremodus auf, indem sie über drei Jahre die Geschicke des zweimaligen Weltmeisters leiten. Im Dienst des Ford Rallye-Teams heizen sie dabei über Schotter, Teer und Schneekurse in acht Ländern. In Zusammenarbeit mit Colin McRae hat Codemasters den dritten Teil der Rallye-Serie noch um einiges realistischer und aufregender gemacht, als es die erfolgreichen Vorgänger ohnehin schon waren. In erster Linie ist da natürlich das Fahrverhalten zu nennen, das durch das umfangreiche Schadensmodell beeinflusst wird. Aber auch grafisch macht das Rennspiel eine Menge her. Neben der guten Landschaftsoptik und der spiegelnden Oberfläche ihres Boliden, beeindrucken vor allem die Staub- und Wettereffekte. Noch nie sahen Regentropfen und Schneeflocken auf der virtuellen Windschutzscheibe so authentisch aus. In welchem Maße der Schwierigkeitsgrad von Rennen zu Rennen steigt, hängt übrigens von ihren Fahrleistungen ab. Der originalgetreue Servicepark, die Originalkommentare von Collins Beifahrer und der prall gefüllte Fuhrpark des Arcade-Modus machen die Wartezeit auf den Codemasters-Titel zumindest für Fans unerträglich. Colin McRae, Rally 3. Konec, Rally 3. Binds, Konec, Rally 3. Melanie-Den mistik. Wir warten mit dem F worden. Konec, Rally 3. Ach, Konec, Rally 4. Wartezeit, Konec, Rally 3. Wartezeit, Konec. Rally 4. Wartezeit, Konec, Rally 4. Wartezeit, Konec. Vielen Dank.